Musik Wir haben hier in den Abo-Seniorenzentren Eing und Sauerlach einen speziellen Wohnbereich für schwer demenzkranke Menschen. Menschen mit Demenz brauchen eine besondere Pflege und Betreuung. Man muss sich ganz anders darauf einlassen, mit diesen Menschen umzugehen. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben diese Weiterbildungen, diese Fortbildungen und dieses Know-how, um mit Menschen mit Demenz umzugehen. Musik Wir haben auch das Glück, dass wir einen sehr schönen Garten haben, einen beschützten Garten, wo die Bewohnerinnen und Bewohner dann einfach sich bewegen können. Die wollen sich bewegen, die sind ja nicht so sehr körperlich beeinträchtigt, sondern vor allem jetzt geistig beeinträchtigt durch ihre demenzielle Erkrankung. Musik 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 Musik